Val Kilmers gesundheitliche Probleme werden gerade schlimmer Der legendäre Schauspieler Val Kilmer, 62 Jahre alt und sowohl bei Fans als auch bei Kritikern sehr beliebt, leidet gerade unter extremen gesundheitlichen Komplikationen. Obwohl er es trotz seiner gesundheitlichen Probleme auf die große Leinwand geschafft hat, ist noch unklar, ob wir ihn wiedersehen werden. In dieser Folge von uns werden wir Sie darüber informieren, wie sich seine Gesundheitsprobleme auf seiner Arbeit und alles was er vorhat, ausgewirkt haben. Er wurde aus Willow gestrichen, kurz bevor die Produktion begann. Nach dem Erfolg des gleichnamigen Films von 1988 debütierte Disney Plus am 30. November 2022 mit Willow, einer amerikanischen Fantasy-Abenteuerserie. Die Serie enthielt jedoch nicht den bekannten Mathematikern. Für diejenigen unter Ihnen, die mit dem Willow-Fandom vielleicht nicht vertraut sind, Mathematikern ist der umwerfend attraktiv und schurkenhafte Held, der von Val Kilmer im Originalfilm dargestellt wurde, der 1988 veröffentlicht wurde. Es war jedoch ursprünglich nicht geplant, dass der Charakter in der Show fehlt. Showrunner Jonathan Kerstin behauptet, dass nicht nur die Führungskräfte wollten, dass Val der Besetzung beitritt, sondern dass Val selbst begierig darauf war, die Rolle zu spielen und dass Fans auf der ganzen Welt gespannt auf Mathematikerns Rückkehr warten. Leider konnte Val Kilmer aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht zu seiner Rolle in Willow zurückkehren. In den letzten Jahren hat sich Kilmers Gesundheit aufgrund von Komplikationen im Kampf gegen Kehlkopfkrebs verschlechtert. Die Führungskräfte waren so sehr daran interessiert, ihn an Bord zu holen, dass sie begannen, den Piloten mit Blick auf seine Teilnahme zu planen. Als sich dann der Covid-Virus auf der Welt verbreitete, war es nicht mehr aufzuhalten. Gleichzeitig hatte Val gesundheitliche Probleme. Infolgedessen mussten sie herausfinden, wie sie die Geschichte, die sie geplant hatten, ohne seine Figur weitererzählen konnten. Aber das schließt die Möglichkeit eines zukünftigen Auftritts von Mathematiker nicht aus. Am 30. November wurde Willow zum ersten Mal uraufgeführt und der Schöpfer Jonathan Kerstin freut sich bereits auf die zweite Staffel und hofft, den Schauspieler Val Kilmer dafür gewinnen zu können. Der Autor Jonathan Kerstin hat gesagt, dass die Show ohne Mathematikern nicht die gleiche Atmosphäre hätte. Kerstin erwähnte auch, dass Mathematikern immer noch eine bedeutende Rolle in der neuen Willow-Serie spielt, wobei sein Name, sein Vermächtnis und seine Kinder eine wichtige Rolle in der Handlung spielen. Wie Val Kilmer nach einer Kehlkopfkrebsbehandlung in Top Gun Maverick zurückgebracht wurde Als es darum ging, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten Actionfilms Top Gun aus dem Jahr 1986 zu drehen, musste Maverick Tom Cruise und das Kreativteam viel bedenken, einschließlich Val Kilmer. In dem Streifen von 1986 spielte Val Kilmer die Rolle von Tom, Iceman, Kazansky, einem dreisten Gegner von Maverick im Höhepunkt des Films, der sich am Ende Mavericks widerwilligen Respekt verdient. Aber Kilmers tatsächliche Gesundheitsprobleme machten es schwierig, die Rolle zurückzubringen. Die Sprache des Schauspielers hat sich erheblich verändert, seit er sich vor einigen Jahren im Rahmen seines Kampfes gegen Kehlkopfkrebs einer Trachiotomie unterziehen musste. Kilmer taucht kaum in einer Szene persönlich auf, doch sein Einfluss ist im gesamten Film zu sehen. In der neuen Fassung teilen sich Kilmer und Tom Cruise eine Szene. Die Hollywood-Legende hat die letzten sieben Jahre damit verbracht, mit einer karriereverändernden Diagnose fertig zu werden, die eine Trachiotomie beinhaltete, die eine Kommunikation fast unmöglich machte. Kilmer, der jetzt 62 Jahre alt ist, verbrachte die zwei Jahre zwischen 2015 und 2017 damit, privat eine verheerende Kehlkopfkrebsdiagnose zu verarbeiten, bevor er öffentlich Gerüchte und Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ansprach. Die Karriere des Schauspielers war ungewiss, nachdem er die Auswirkungen seiner Kehlkopfkrebsbehandlung auf seine Gesundheit enthüllte und wie er allmählich seine Fähigkeit zu sprechen verlor, was Fans und Kritiker gleichermaßen alarmierte. Nach anfänglichem Zögern suchte Kilmer medizinische Hilfe auf, wie er in einem ausführlichen Interview mit dem New York Times verriet. Kilmer enthüllte jedoch erst in einer Reddit-Diskussion im Jahr 2017 seine frühere Diagnose. Die Times berichtet, dass Kilmers Kinder ihn schließlich überredeten, einen Arzt wegen seines Kehlkopfkrebses aufzusuchen, was letztendlich zu vielen Runden Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen führte. Die Operationen halfen Kilmer, sich von seinem Kehlkopfkrebs zu erholen und offenbar in Remission zu gehen, wie mehrere Quellen berichteten. Darunter sein Dokumentarfilm, Well, aus dem Jahr 2020 und seine Memoine, I'm Your Huckleberry. In einem später in diesem Jahr veröffentlichten Interview mit The Hollywood Reportel, sagte Kilmer, dass er die Auswirkungen seiner Kehlkopfkrebsbehandlung spürte. Laut den veröffentlichten Ressourcen von Harvard Health sind die Stimmbänder oft der erste Bereich des Rachens, der Anzeichen von Krebs zeigt, wobei sich die Krankheit dann auf die Mandeln und den hinteren Teil des Rachens ausbreitet. Was genau das war, was Kilmer erlebte. Kilmer führte später aus, dass er sich kürzlich einer Trachial-Operation unterzogen hatte, die ihn fast sprachlos gemacht und ihn die ganze Zeit über extrem atemlos gemacht hatte. Das Verfahren wurde später als Trachiotomie identifiziert, bei der, wie von der Mayo-Klinik erklärt, ein neuer Atemweg im Rachen geschaffen wird, um das Atmen zu erleichtern, wenn der typische Atemweg irgendwie blockiert oder eingeschränkt ist. Es ist derzeit nicht bekannt, ob oder wann Kilmers Trachiotomie von seinem medizinischen Team geschlossen wird. Trotz der Herausforderungen der Kommunikation enthält Val, der Dokumentarfilm des Stars, der sein Leben und seine Karriere bis zu seiner Krebsdiagnose und Behandlung erzählt, eine emotionale Erklärung des Schauspielers, dass er entschlossener denn je ist, seine Geschichte zu teilen. Seitdem hat Kilmer hart daran gearbeitet, trotz gesundheitlicher Probleme weiterzuarbeiten. Zuletzt im Mai seine lang erwartete Rückkehr zu Top Gun Maverick. Kilmer enthüllte in seinem Memoir mit dem Titel Arm Your Huckleberry auch einen interessanten Aspekt, wie er schließlich seinen Kehlkopfkrebs entdeckte. Der Aspekt konzentrierte sich auf Cher und ihre Rolle in dem Prozess. Er beschrieb in seinem Schreiben, wie er eines Nachts plötzlich aus seinem tiefen Schlaf erwachte und Blut über das ganze Bett erbrach, genau wie in einer Szene aus der Pate. Nachdem er die Notrufnummer 911 gewählt hatte, begann er sofort zu beten. Er informierte auch seine Gastgeberin Cher, die sofort die Situation unter Kontrolle brachte. Als er ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er die niederschmetternde Nachricht erhalten würde, erzählte er, dass sie beiden es geschafft hätten, ein paar Lacher zu teilen. Obwohl sein Leben scheinbar in Gefahr war, machten er und Cher Witze über körperliche Attraktivität und darüber, dass er wie ein Stuntman aus Quentin Tarantinos Reservoir Dogs aussah und das während seine Vitalwerte überprüft wurden. Sie lachten so sehr, dass sie ihm eine Sauerstoffmaske aufsetzen mussten, um seine Vitalwerte zu entnehmen. Und trotz seines Zustands hat er seine Schauspielkarriere weiterverfolgt. Während man vielleicht nicht alles zurückbekommt, was man wegen Krebs verliert, scheint Val Kimmer für Outro weiterhin das zu tun, wofür er immer geliebt wurde. Unabhängig davon, ob sich seine Gesundheit möglicherweise verschlechtert und er möglicherweise die Lebensqualität von früher nicht mehr genießen konnte, scheint wer seine letzten Tage absichtlich zu genießen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder von ihm zu hören. Was halten Sie angesichts seines Zustands von seinen Plänen weiterhin zu Schauspielern? Möchten Sie mehr von ihm sehen oder denken Sie, dass es an der Zeit ist, sein Handwerk niederzulegen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und lassen Sie uns reden. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.